Professor Pickles, bist du okay? Wir sind hier so schnell wie wir können. Früher habe ich nur gesehen, zwei Brotscheiben und irgendwas dazwischen. Um ehrlich zu sein, ich habe wirklich probiert, so hier zu machen. Na? Wenn du genug Salz machst, dann schmeckt das auch noch. Professor, es ist gut zu sehen, dass du dich nicht verändert hast. Aber sag mir, was bringt dich hier? Das Menü ist schwierig, wenn du mich fragst. Nein, Professor. Wir kamen hier, um dich zu retten. Oh, ich verstehe, wie gut ich bin. Pfff! Dann, erstens, erstens. Es ist jetzt Zeit, dass jemand den Chef hier erzählt hat, wie ein properer Sandwich zu machen. Du kannst später ein Komplett machen, Professor. Lass uns hier raus, bevor Eggman's Willkomming-Kommitte kommt. Oh, ja, ziemlich. Aber lass uns sicher, dass wir die Konten von der Valken, bevor wir nachdenken. Fuckin' Punch! Dass die Flamme gefehlt. Naja, den Skill haben wir noch nicht. Pfff! Gleich mal auf Chip achten, wenn die im Büro sind. Schoko-Dealer! Der verhökert Drogen auf die Art und Weise. Die Füllung der Schokolade ist krass. Kokain. Warum Kokain? Weil's Happy macht. Und verblödet. Krass, der macht genau dasselbe. Und man ist gechillt. Drogen. 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 haben sie gern irgendwie ein metallischer sound so hintergrund jetzt einfach nur mal so schlägt ja ich weiß ich kenne das geräusch ich weiß dass das macht mich stört so nicht zu sein weil im normalfall treffe ich damit gegner und dann fällt sich auf aber für mich klingt das irgendwie metallisch er ist so metallisch jungen klang wollen in dem geben und was macht das lächeln aus massiven kinder unter 16 Jahren gar nicht aus dem haus sein ich habe zu tun ich muss einkaufen eier zuckerblumen seife und sein bürste und und was war noch fleisch deftiges leckeres fleisch welches fleisch großmutter wie böse wenn ich das vergesse keine zeit überreden ich muss los tschüss die großmutter ist der große böse wolf der auftrag des teufels kann ich jetzt hier nein kann ich nicht oh guck mal wir sind aber beschäftigt nicht zu fassen dass so ein kleines mädchen zu spät noch auf ist ja meine rede alter das ist so ami ist gleich was er dich sagt sie wirbelt als wir ziehen ihr leben davon ab wo sind ihre eltern unter der hölle unter der hölle das geht mich eigentlich nichts an allerdings schämlich so hier ist endlich noch ein shop den wir betreten kann kaufen man kann verkaufen ok wir können jetzt ne zuflogen wir ganz schlecht kaufen aber um ehrlich zu sein chili dog na gut ich kaufe nur fünf davon denn ich möchte von anderen Sachen auch noch eine kaufen weil die besonderen Sachen werde ich Chip geben wenn wir uns dann sagen was das ist was er davon hält was er von einem baguette hält mal gib ihm mal eine Fischstunde dann flug da ha 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 jetzt kriegt er jetzt recht hunger und ich bekomme langsam Durst kannst ja gehen und den reißte holen könnte ich traf mir nicht zu was ich jetzt schaffe ne koch den Professor im Fernseher demnächst ja jetzt sind einiges also hier haben wir zum Beispiel die Musikplatten die einfach Tag und Nacht Musik von mir enthalten Kunstbuch ein Kramofon ja Souvenire für den Doktor und was soll ich sagen wir einfach mal mal ich wissen auch Souvenire oder was ja Souvenire schon mal alles ah ja komm du stehst im Weg ich bin fette Bodyguard du kommst nicht vorbei du kommst hier nicht rein ausgetrenzt ich werde aber auch keine Angst ne ja genau so wie die hier alles furchtlose Bewohner ich meine die stehen ja auch in der Stadt rum während der Überschaltügel da mit fast Karten mit fast 1000 km h die Gegend rennt und alles glatt weißt ja das ist nur ein Luftzug ah ja seit wann bist du eigentlich Level 2 ja keine Ahnung hab ne gewissen Menge oder so etwas I don't know wenn wir auch immer da ich durch das anschauen NSL Space ja schon weiß wenn man mit dem Warehawk so gut wie alles sammelt was sich bewegt dann ähm sollte man gut durchkommen alles sammeln was sich bewegt wo muss ich eigentlich finden also auch Rot Cap hier definitiv immer zum Glitzer hier ist eine Level-Karte von mir vielleicht kannst du sie brauchen ja ich kann an verschiedenen Orte reisen einfach so hin zuerst werden Reisezüge aus lass uns nach Rapport ausreisen geh mit dem Cursor Lieutenant bewege den bewege mit dem linken Stick ja perfekt so ist es richtig Sonic jetzt haben wir die Zeit bewege die Sonne um die Tageszeit zu wechseln trifft das Licht das Land erscheint das Sonnensymbol aus der Flagge ah ja ok gut sehr gut sehr gut ich hab noch mal kurz geduld gut also Masuri weiter 3 super perfekt gut gemacht Sonic ok nächster Halt Masuri dort erwartet uns nicht nur ein Tag Level sondern danach auch noch ein Boss naja kannst eh schnell durchlaufen fertig ja der Boss ist auch nicht so schwer weil ich es richtig gesehen habe ähm wenn ich richtig gehe ist das wirklich der einfache Boss ihr mächtige Krieger wir nichts Angst haben von Maschine und PerfDog der Alte ist einfach nur blöd der sieht sich eh nicht Pfff welch Präzision ja der kleine hat den Tag nichts zu tun ja der der Töne muss Hey, warte! Das ist schrecklich! Komm zurück! Just ignore ihn. Ist jeder hier okay? Hat er überhaupt aufgepasst? Nö. Ja gut, hab zum Level-Ding. Mach was halt. Medaille kannst du später auch einsammeln. Ja. Ich möchte nur gerne wissen, warum man mit dem Warhawk Sun-Medaille mit dem normalen Sonic-Mond-Medaille sammelt. Das würde mich mehr interessieren. Hm. Einfach für Grund. Du sammlest für die Gegensätze. Ja, ich sammle viel Gegensätze. Aber warum sammle ich viel Gegensätze? Ich mein, für den nächsten wird's ja auch schon reichen. Wär doch langweilig, oder? Ja, das ist ein Level-Ding noch nicht getreten. Ach. Fick ich, Level! Na? Mag wohl nicht. Na, Sonic bewegt sich aber so aus und flott. Also, der ist nicht langsam in diesem Spiel. Auf keinen Fall. Und hier sind Wandsprünge gefolgt. Die können wir aber auch noch nicht machen. Haben wir die Schuhe dafür einsammeln müssen. Der dürfte es aber auch bald bekommen. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, das war gut, ja. Ja. Oh, okay. Ich nehme alles zurück. Die haben so immer eine Sonnenmedaille eingesammelt. Aber trotzdem, in der Stadt ist es noch dunkel. Also vor den Medaillen her. Ja. In den Hupferl sind es ja alle Medaillen gleich da. Mhm. Wo ist eigentlich diese eine Grindmedaille? Was? Da gab's ja auch im Nachtlichtbereich. Eine Medaille, die du durch das Grinden erhalten hättest. Ah, da oben da. Ähm, da wollte ich nicht landen. Come on! So. Keine. Okay. Okay. Hat er nicht genommen. Schweinert. Aber es lässt sich noch wiederholen. So oft ich es brauche. Schade, dass es dafür keine Erfahrungspunkte gibt. Allerdings. Moment, Moment, Moment. Die konnte ich gerade anbieten. Und er hat wieder einen Klitsch gefunden. Sonic's Uming Attack widersteht ja Schwerkraft. Ja! Und nicht nur Sonic World Shock 2006. Haha. Na gut, das gehen wir aber mal in einem Tag-Niveau. Das ist witzig. Eigentlich ist Sonic's Uming Attack so angelegt, dass der höchste Punkt seines Sprungs auch der Punkt sein muss, an dem der Gegner ist oder niedriger. Und du bist eigentlich, sagen wir, ein Millimeter tiefer gesprungen. Oder, sagen wir es so, die Kamera sagt, ja, das passt von Lavi jetzt nicht mehr. Ja. Dieser Lavi ist allein für das Herzeigen des Driftens ausgelegt. Es gibt sogar ein ganzes Artwork von Sonic, wo er hier am Driften ist. Und hier gibt es auch Matsch. Ja, durch den man langsamer wird. Da, 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 da. Oh. Ja, ist, ähm. Okay, gebraucht hat es nichts. Okay. Ja, Mann, ich würde manchmal so gern, ja, einfach nur... Was würdest du gern? Ich würde einfach nur Stampfer machen, aber das kann ich auch. Okay. Okay, jetzt erfahrst du das da noch irgendwie Boden, was sowas ist. Was hast du aus dem früheren Sonic-Spiel gelernt? Gehen wir nach rechts? Ja, und es gibt ziemlich viele bodenlose Abgründe. Ja. Was soll das, Sonic? Ja, ja. Aber immerhin. Ich spiele hier die Xbox 360-Version. Das heißt was? In meinem Fall. Ja, unnötig viele Bugs. Und Datei sind. Und nix, nix. Nix Bedeutsames. Ach, die zählt als gesammelt? Ja. Man muss sie gar nicht neu sammeln, oder? Ja, das ist gut zu dürfen. Von der wusste ich aber nichts. Du hast ja nichts gefragt. Na, offensichtlich, ja, geht's nicht. Man rennt hier schnell dran vorbei. Ja. Ja, das ist jetzt auch mal. Ja. Das witzige ist, dass in Generations auf PC hört man dieses Sidesap-Geräusch oft nicht. Ja. 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 Matthias. Ja. Wenn ichidi! Ja. 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 Okay. Wie konnte sich das treffen? Vor allem, wie konnte ich daran vorbeifliegen? Ich habe sie irgendwann zum Cheatest. Cheat ja nicht. Das ist nur ein erweitertes Anfängerglück. Aber das ist ja gar nicht mal ein Anfänger. Nicht in dem Sinne, oder? Nur? Hey. Pech im Unglück. Glück im Unglück. So. Ja, Pech im Unglück, das wird doppelt. Naja, eigentlich wäre das sehr gut. Das ist so verwirrend. Du musst mit der einen Tasse springen, mit der anderen musst du einen Hungenattack machen. Ich glaube, es gibt keine Möglichkeit, dich herumzuhändern. Oh, fuck. Oh, oh. Ich bin nicht sogar mad. Ich würde sagen, es wäre B. Na. Es wäre aber kein B. Was dann? Ich bin C. Ja, total. Veine. Bye. Vielen Dank.